Hallo liebe Chili-Freunde, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Der ein oder andere von euch hat ja bereits mit der Anzucht für die kommende Saison begonnen und immer wieder erreichen mich in letzter Zeit Fragen, was ich denn vorhabe für das nächste Jahr, welche Sorten ich machen werde, wie ich vorgehen möchte und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn meine Anzucht jetzt aktuell noch nicht begonnen hat und auch die nächsten Wochen noch nicht beginnen wird, mache ich heute einfach mal ein kleines Video, wo wir einerseits einen Blick in die Vergangenheit werfen und uns nochmal anschauen, was im letzten Jahr eigentlich gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen ist, aber natürlich auch den Blick nach vorn richten und darüber reden, was ich daraus lerne, wie ich in dieser Anzucht vorgehen möchte und natürlich auch, welche Sorten ich geplant habe. Starten wir also direkt mal mit dem Rückblick. Und da kann man auch direkt mit einem Aspekt starten, der tatsächlich gut gelaufen ist, nämlich das Ankeimen in den Keimbeuteln. Das mache ich jetzt seit etlichen Jahren so, das funktioniert wunderbar und selbst bei den Sorten, wo ich nur sehr wenig Saatgut zur Verfügung hatte, habe ich es mit dieser Methode zuverlässig geschafft, dass ich von jeder Sorte mindestens eine Pflanze bekommen habe. Entsprechend werde ich diese Methode der Anzucht in jedem Fall auch dieses Jahr beibehalten und wieder mit Keimbeuteln arbeiten. Nach dem Keimbeutel bin ich ja im letzten Jahr auf die Root Rye Tubs gewechselt, wie auch schon in der Saison davor. An sich hat mir das recht gut gefallen, das hat problemlos funktioniert und das hat mir ein bisschen die Möglichkeit gegeben, zwischen den Sämlingen zu selektieren, wer dann tatsächlich in den neuen Topf kommt. Trotzdem plane ich an dieser Stelle für die kommende Saison eine kleine Änderung, aber dazu später mehr. Ja, nach den Root Rye Tubs fingen dann auch die Probleme an. Als ich die Pflanzen dann in richtiger Erde hatte, hatte ich doch ziemliche Probleme mit Tripse, die ich auch mit etlichen Behandlungsdurchläufen, mit den unterschiedlichsten Mitteln von Neemöl über Kareo über Pref AM einfach nicht in den Griff bekommen habe und im Prinzip mit dieser Plage bis zum Auszug ins Freie zu kämpfen hatte. Ja, mein Learning daraus kann ich euch auch jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich vermute, die Tripse habe ich mir im letzten Jahr mit einer gekauften Minze aus dem Supermarkt ins Regal geholt. Sowas werde ich natürlich nicht mehr machen. Ich werde zusehen, dass ich die Pflanzen schön isoliert halte und möglichst nichts von draußen neu reinbringe. Allerdings gibt es an der Stelle schon das erste Problem, denn wir haben in diesem Jahr zwar einen wirklich wunderschön gewachsenen Weihnachtsbaum gefunden, allerdings beim Aufstellen festgestellt, dass alle möglichen Tierchen unten rausgerieselt sind. Und das sah mir teilweise tatsächlich direkt schon wieder schwer nach Tripse aus. Ich hoffe jetzt, dass keine meiner Zimmerpflanzen damit infiziert wird und dass die Viecher bis zu meinem Saisonbeginn mit den Chilis hier alle absterben. Aber das ist so ein kleines Risiko, was ich jetzt schon für die nächste Saison sehe. Und ja, da muss ich jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Trotz aller guten Vorsätze hat mir da der Weihnachtsbaum tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während das Ungeziefer im letzten Jahr tatsächlich ein großes Problem war, gab es aber auch in der Indoor-Anzucht schon Dinge, die recht gut funktioniert haben. Einerseits war ich recht zufrieden damit, direkt auf 6 Liter Töpfe zu gehen. Und andererseits hat meine Methode, die Chilis am Zaun zum Nachbargrundstück an die Sonne zu gewöhnen, sehr gut funktioniert. Ich hatte im Sommer dann in den großen Töpfen eigentlich von Tag 1 die Pflanzen in der Sonne stehen und überhaupt keine Probleme mit Sonnenbrand oder Ähnlichem. Das heißt, das ist was, wo ich auch sagen würde, das hat sich dieses Jahr bewährt. Diese Stelle am Zaun im Schatten, da können die Pflanzen im Prinzip an schönen Frühjahrstagen den kompletten Tag verbringen, ohne dass sie gefährdet sind, Sonnenbrand zu kriegen. Aber offensichtlich bekommen sie da auch schon genug Abhärtung. Ja, dann ging es am Ende in die 40 Liter Enttöpfe. Auch damit war ich im Grundsatz zufrieden. Allerdings waren die Pflanzen halt ziemlich geschwächt durch die Tripse in der Anzucht und es hat entsprechend eine ganze Weile gedauert, bis die sich in den neuen Töpfen dann im Freien erholt hatten. Dadurch haben viele Pflanzen erst sehr spät begonnen in die Blüte zu gehen und ich hatte im Sommer eigentlich eine recht überschaubare Ernte, je nach Sorte. Die Backertums waren natürlich wie immer relativ schnell dabei und haben gut getragen, auch über den gesamten Sommer hinweg. Aber die Chinensen waren zu einem großen Teil sehr spät dran, was nicht so dramatisch war, denn wir hatten ja wirklich einen erstklassigen Sommer, also wirklich perfektes Chilliwetter und das hat sich auch wirklich bis in den späten Herbst so fortgesetzt. Das heißt, die letzte immer noch sehr große Ernte habe ich dann im November eingefahren. Ich verlinke euch nochmal mein Erntevideo. Das war dann im Spätsommer und bis in den November kann ich ungefähr sagen, dass ich nochmal das Gleiche, was ich in dem Video gezeigt habe, noch einmal von den Pflanzen ernten konnte. Ja, dann kam der Herbst. Die Pflanzen wurden zurückgeschnitten und eigentlich wäre das der Zeitpunkt gewesen, wo ich die Erde wieder aufbereitet hätte mit Schafswolle und dieses Jahr wollte ich Urgesteinsmehl dazu verwenden. Da hat mir mein Handgelenk einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ich hatte über viele Wochen hinweg eine sehr, sehr unangenehme Sehnenentzündung hier am Daumengelenk oder an der Daumensehne. Das hat meine komplette linke Hand außer Gefecht gesetzt und entsprechend konnte ich nicht wirklich mit schwerer Erde irgendwas arbeiten und die Töpfe umfüllen. Das heißt, im Moment steht die ganze Erde noch draußen in den Stofftöpfen. Jetzt ist es natürlich kalt und nass und die Erde ist mega schwer. Das heißt, auch aktuell ist es nicht wirklich eine Option, das jetzt in die Überwinterungsplastiktöpfe umzufüllen und die Schafswolle unterzumischen. Ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst mal etwas Schafswolle oberflächlich einarbeiten und dann die Töpfe wahrscheinlich einfach bis zum Frühjahr so stehen lassen und dann nochmal gescheit aufbereiten mit zusätzlicher Schafswolle, wenn es warm ist im Frühjahr, kurz bevor die Pflanzen dann tatsächlich in die Erde kommen sollen. Ja, soweit der Rückblick auf die letzte Saison. Wie gesagt, die Anzucht eher durchwachsen, dafür ein absoluter Traumsommer. Etwas späte Ernte, aber trotzdem ein Ertrag, über den ich mich wirklich nicht beklagen kann. Ja, was machen wir aus diesen Erkenntnissen für das kommende Jahr, beziehungsweise was sind unabhängig davon meine Überlegungen für die nächste Saison? Und einmal ist eine Änderung, die ich vorhabe, auf die Root-Riot-Tabs zu verzichten. Ich werde wahrscheinlich dann direkt mit den Samen in die 6-Liter-Töpfe gehen, so wie ich es auch im letzten Jahr gemacht habe. Natürlich werde ich auch wieder Backups anziehen. Ich hatte erst überlegt, die Backups auf 1 Liter zu setzen. Dann ist mir aber wieder eingefallen, dass wir neulich eine große Kiste 3-Liter-Töpfe wiedergefunden haben, die noch unseren allerersten Reißverschluss haben aus der ersten Generation. Der ein oder andere von euch, der in letzter Zeit bei uns im Shop bestellt hat, wird das schon gemerkt haben. Allen größeren Bestellungen ab 40 Euro habe ich so einen Topf gratis beigelegt. Aber ich habe da jetzt noch so viele von. Und wir verkaufen natürlich nur im Moment die Varianten mit den neuen, robusteren Reißverschlüssen. Das heißt, da ich eh so viele Töpfe hiervon habe, werde ich eventuell die Backups in 3 Liter anziehen. Ja, dann werde ich dieses Jahr die Abfolge bei der Anzucht ein bisschen verändern. Ich habe ja letztes Jahr alle Pflanzen am Stichtag 1. Februar in die Keimbeutel gepackt. Das hat für die Chinensen relativ gut gepasst. Für die Backatums war das doch noch eine ganze Ecke zu früh. Die waren dann ziemlich schnell schon auch in den 6 Liter Töpfen so groß, dass sie dann massiv angefangen haben, Blüten zu bilden und nicht mehr so wirklich gewachsen sind. Haben dann natürlich auch wieder eine Weile gebraucht in den 40 Liter Töpfen, bis sie wieder auf Wachstum umgestellt haben. Das heißt, das werde ich dieses Jahr ein bisschen staffeln und zuerst die Anum machen. Äh, zuerst die Rokotum machen. Das ist eine Neuheit in diesem Jahr, dass ich eine Rokotum mit aufnehme. Dann die Chinensen und dann die Anums. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Backatum habe. Ich musste nochmal bei einer gucken, ob das eine Backatum ist. Ich vermute es. Ja, und apropos Rokotum. Da habe ich hier mal unseren neuen 15 Liter Topf hingestellt. Die werde ich, wie gesagt, als erstes anziehen. Schon so Mitte Januar. Und falls es dann zu knapp wird für die im 6 Liter Topf, habe ich da nochmal die Möglichkeit, sie, bevor sie rauskommt, auf 15 Liter umzuziehen. Dann kriege ich sie zwar nicht mehr hier ins Regal, aber ich werde sie dann einfach die letzten Wochen an ein helles Fenster stellen und hoffen, dass das auch funktioniert. Außerdem im Frühjahr kommen die Pflanzen ja auch regelmäßig ins Freie. Dann, wo wir gerade bei Töpfen und Topfgrößen sind, reden wir nochmal kurz drüber, wie ich es im Freien dann vorhabe. Dieses Jahr hatte ich ja alle Pflanzen oder alle Chilis auf 40 Liter. Das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr auch ein bisschen abstufen. Ich denke, bei vielen werde ich auf 30 Liter wechseln. Einfach weil ich gemerkt habe, dass die Pflanzen zu lange gebraucht haben, um wirklich die 40 Liter zu durchwurzeln. Noch zu lange im Wachstum waren. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie durch die Tripse so angeschlagen waren. Aber ich denke, da werde ich bei vielen Pflanzen dieses Jahr eine Stufe kleiner wählen. 30 Liter. Außer bei der Rokoto, die kommt auf 60 Liter. Das gleiche gilt für Physalis und Tomate. Ja, soweit der Plan für die Töpfe. Beim Substrat natürlich in der Anzucht. Das neue Chilisubstrat von Floragat, das ich mitentwickeln durfte. Da gibt es natürlich keine Alternativen zu. Das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr in der Anzucht verwenden. Und dann im Freien wieder meine alte Erde. Ich glaube, die ist jetzt inzwischen 4-5 Jahre alt. War mal ursprünglich eine TKS-2, die ich mit Perlit und Vermikolit gemischt habe. Und da kommt, wie gehabt, wieder Schafswolle drunter. Statt Knochenmehl werde ich dieses Mal eher Urgesteinsmehl nehmen. Einfach aus dem Grund, dass ich denke, der Phosphor-Vorrat in der Erde müsste vom letzten Jahr eigentlich noch ausreichen. Das Knochenmehl, was da drin ist, baut sich sehr langsam ab. Und ich habe sowieso wieder vor, chemisch nachzudüngen. Das heißt, ich werde wieder mit Hackerfoss arbeiten im Laufe der Saison. Ich denke mal, so nach zwei Monaten ungefähr werde ich damit starten. Und entsprechend sehe ich den größeren Mehrwert dieses Jahr mal wieder darin, Urgesteinsmehl zu nehmen. Ja, soweit der technische Teil. Kommen wir zum spannenden Part, was ich dieses Jahr an Pflanzen geplant habe. Und ja, hier seht ihr diese hübsche Tüte, die ich von Joker Chili bekommen habe. Und das ist auch eine große Änderung in diesem Jahr. Ich hatte ja die letzten Jahre immer auch Saatgut von Joker Chili bestellt, weil die einfach sehr, sehr coole Sorten haben, die mir auch jedes Mal wirklich viel Freude gemacht haben. Das werde ich dieses Jahr lassen. Aus zwei Gründen. Einmal habe ich mich entschieden, dieses Jahr wirklich nur auf eigenes oder nachgezogenes Saatgut zu gehen. Ich werde dieses Jahr gar kein Saatgut kaufen, beziehungsweise welches ich geschenkt bekommen habe. Und das andere Problem ist einfach, dass ich von so vielen von euch gehört habe, dass ihre Lieferung von Joker Chili nicht angekommen ist, der Service nicht reagiert. Letzteres kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Service ist bei dem Anbieter leider de facto quasi nicht existent. Zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Und auch viele von euch haben mir das so berichtet. Und entsprechend habe ich da kein gutes Gefühl, bei diesen Anbietern wieder zu empfehlen. Und werde entsprechend dieses Jahr euch als Bezugsquellen eher andere Anbieter nahelegen. Ja, das werde ich auch so handhaben wie im letzten Jahr. Ich werde euch jetzt die Sorten zeigen, die ich geplant habe. Und blende euch jeweils dann links von mir ein Bild dieser Sorte ein. Und eine Bezugsquelle, von der ich sagen würde, da würde ich persönlich die Samen kaufen, wenn ich sie jetzt nicht schon hätte. Gut, dann schauen wir mal hier in den Beutel. Und wir fangen an mit der Demon Red. Die habe ich von der Ruhr-Universität Bochum. Der Großteil des Saatguts, das ich in der kommenden Saison verwenden werde, kommt von der Ruhr-Uni. Das sind einfach Samen aus Früchten, die ich dort ernten durfte, freundlicherweise. Und hoffe natürlich, dass auch das rauskommt, was drin steckt. Aber ganz grundsätzlich habe ich mir gedacht, dieses Jahr wird ein bisschen Überraschungsei. Wenn Kreuzungen dabei sind, dann werden die hoffentlich auch spannend und lecker. Aber das sind auf jeden Fall ein Großteil der Samen, die von der Ruhr-Uni stammen. Die Demon Red wird tatsächlich ein bisschen außer Konkurrenz laufen. Die kommt nur in einen 9 Liter Topf, weil es eine sehr schöne Zierchili ist. Für die Verwendung zum Essen verspreche ich mir da nicht so viel von. Aber optisch eine echt tolle Pflanze. Und deswegen haben wir gesagt, die nehmen wir dieses Jahr mit auf. Auch in erster Linie, aus optischen Gründen, haben wir die Nocturne gewählt. Das ist eine Anurum-Sorte. Ist eigentlich eher eine Paprika als eine Chili. Also hat gar keine Schärfe. Ist wirklich süßlich, Gemüse-Paprika-artig. Hat aber eine recht coole Fruchtform. Und vor allem reift sie von grün-schwarz bis dunkelrot ab. Hat auch ein bisschen dunkleres Laub. Ist auch eine Pflanze, die wirklich cool aussah, als wir die bei der Ruhr-Uni uns angeschaut haben. Ich verlinke euch auch nochmal das Video von dem Rundgang, den ich dort gefilmt habe. Und dann seht ihr viele der Sorten, die ich heute dabei habe, auch mal, wie sie dort in Natura aussehen. Ja, dann eine sehr coole Sorte. Das wäre die einzige gewesen, die ich mir tatsächlich dieses Jahr bestellt hätte. Und zwar von Semillas.de. Was ja, wie ihr sicherlich schon wisst, so mit meinem Lieblingssaatgutversand für Chilis ist. Musste ich aber nicht, weil ein Chili-Freund noch ein paar Samen davon auftreiben konnte. Die hat er selber über Semillas bekommen. Und ich vermute mal, ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, dass das eine Backertum ist. Die ist sehr ähnlich zu der Sugar Rush Peach Stripey. Das heißt, die wird auch erst einfarbig orange reif. Und in den letzten Tagen bis Wochen des Abreifens bildet sie dann rote Streifen. Sieht sehr cool aus. Ist nicht so länglich wie die Sugar Rush Peach Stripey, sondern etwas dicker. Und ja, nachdem die Peach Stripey in der letzten Saison bei mir leider ein ziemlicher Reinfall war. Und ich alle, die auch wirklich gestreift geworden sind, als Backups verschenkt habe. Und ausgerechnet die Pflanze behalten habe, die einfarbig abgereift ist. Probier ich es in dieser Saison mal mit der C-Branche. Dann haben wir uns noch mal entschieden, einen alten Bekannten noch einmal zu machen. Und zwar die Kangstar Lemon Star Burst. Da habe ich jetzt Samen aus dem eigenen Garten genommen. Hoffe dann natürlich auch, dass die nicht verkreuzt sind. Die kennt er. Und die hat uns einfach sehr gut gefallen. Sowohl vom Ertrag, von der Optik, vom Geschmack war in jeder Hinsicht ein Highlight für uns. Und das in der letzten Saison kommt also wieder in den Garten. Dann haben wir, ich meine sie stammt aus Malaysia, die Goronong. Da habe ich noch ein paar Samen von versprochen abzugeben. Aber ich denke, das geht gerade so auf. Ist eine relativ scharfe Sorte. Hat mir beim Probieren an der Ruhr-Uni gut gefallen. Hat mir auch optisch gut gefallen. Also das ist mal eine Neuheit. Die hatte ich noch nie. Und bin sehr gespannt, wie die sich bei uns macht. Dann geht es weiter mit einer Habanero-Sorte. Und zwar der Habanero Lemon. Ebenfalls Saatgut von der Ruhr-Uni. Hat uns auch da gut gefallen. Aromatisch, wie Habaneros so sind. Und war dort auch wirklich stark vom Ertrag. Da hingen richtig viele schöne Früchte dran. Und deswegen haben wir gesagt, das ist eine Sorte. Nicht zuletzt, weil wir Habaneros eigentlich immer sehr, sehr gerne mögen. Die auch bei uns dieses Jahr dran kommt. Dann eine quasi Mischung aus Ruhr-Uni und eigener Nachzucht. Ist eine Sorte, zu der ich gar keinen Namen habe. Ich weiß nur, sie stammt aus Französisch Guinea. Da hatte ich ja, als ich an der Ruhr-Uni war, eine Pflanze geschenkt bekommen. Die habe ich inzwischen weiter verschenkt. Aber ich habe es vorher geschafft, noch eine Fruchtreife zu bekommen. Habe mir die Samen daraus genommen. Und geschmacklich war die wirklich gut. Und ja, da ich mit der Pflanze dieses Jahr so spät, oder letztes Jahr so spät dran war, dass da nicht mehr wirklich eine Ernte möglich war, bis auf diese eine reif gewordene Frucht, habe ich gesagt, die möchte ich nochmal sehen. Das heißt, die kommt dieses Jahr bei uns auch in den Garten. Dann geht es auch nochmal mit einer Habanero weiter. Wir haben dieses Jahr relativ viel Habanero geplant. Diesmal ein alter Favorit von uns, die West Indian Habanero. Die hat uns, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren super gut gefallen. Vor drei Jahren müsste es gewesen sein. War damals wirklich eines unserer absoluten Highlights. Sehr, sehr aromatisch. Super getragen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Habaneros, die ich habe, haben die Früchte auch sehr gut gehalten. Also gerade bei Habaneros habe ich oft das Problem, dass ein nicht unerheblicher Teil der Früchte an den Pflanzen gammelt. Ich hatte den Verdacht, dass es vielleicht Blütenendfäule ist, wegen Calciummangel. Aber es betrifft wirklich immer nur die Habaneros. Und selbst wenn ich versuche, die dann mal mit Calcium ein bisschen über Blattdüngung zusätzlich zu behandeln, hat sich das nicht wirklich gebessert. Also wenn ihr eine Idee habt, woran das liegen könnte, lasst es mich wissen. Die Habanero Mastard, die ich dieses Jahr hatte, hatte das Problem auch. Also da könnt ihr es euch mal in den alten Videos auch anschauen. Und die hatte das eben überhaupt nicht. Also die ist wirklich, hat super schöne Früchte bekommen, überhaupt keine Probleme gehabt. Also auch klare Empfehlung, die West Indian Habanero. Dann unsere Superhot in diesem Jahr wird die Brown Bootler. Das ist eine Mischung aus Ghost Pepper und einer Scotch Bonnet, meine ich. Die habe ich probiert. Nee, Quatsch, das war die Nagabon. Die Brown Bootler, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal nachschauen, was das für eine ist. Die habe ich gewählt, weil wir sie beim Chili Tasting an der Ruhr-Uni, da waren wir ja auch nochmal, probiert hatten. Das war, glaube ich, die schärfste oder zweitschärfste, die uns zum Probieren gegeben wurde. Und die hatte ein wahnsinnig gutes Aroma. Brachiale Schärfe, aber von allen Superhots, die wir an dem Tag probiert hatten, war das mit Abstand die aromatischste, meiner Meinung nach. Und entsprechend haben wir gesagt, die müssen wir auf jeden Fall als Superhot dieses Jahr mit reinnehmen. Die zweite sehr scharfe Sorte, die wir dabei haben, ist die Nagabon. Und die war das nämlich mit der Mischung aus Ghost Pepper und Scotch Bonnet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und die hat uns auch wirklich gut gefallen und ergänzt unser Portfolio am sehr scharfen Ende. Ist auf jeden Fall auch was, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und dann, die wurde mir wärmstens empfohlen. Die Limon aus Peru muss auf jeden Fall dieses Jahr auch bei uns in den Garten, einfach weil sie sehr coole, sehr aromatische, kleine Früchte hat, unglaublich viel trägt. Ist eine eher kleinwüchsige Pflanze. Da muss ich mal gucken, vielleicht kriegt die dann auch nur 20 Liter. Ich habe es noch nicht so ganz entschieden, wie ich dieses Jahr es mache. Vielleicht stufe ich da auch noch unterhalb von 30 Litern ein bisschen ab. Aber auf die freue ich mich auch sehr. Und worauf ich mich ebenfalls sehr, sehr freue, ist die Rokoto Gelbe Riesen. Die konnten wir auch probieren und die fand ich vom Geschmack einfach absolut großartig. Und von der Schärfe wirklich so, dass man ganze Scheiben rausschneiden und pur essen konnte. Immer noch eine ordentliche Schärfe, aber nicht so schlimm, dass man jetzt wirklich nur winzigste Mengen davon verwenden kann. Und ich hatte schon einmal eine Rokoto, das hat nur so mäßig gut funktioniert. Die Pflanze ist zwar riesengroß und schön geworden, hat aber von ihren hunderten Blüten, die sie gebildet hat, alle wieder abgeworfen. Die hat über das komplette Jahr nicht eine einzige Frucht gebildet. Obwohl ich raten würde, dass die bestimmt 200, 300 Blüten hatte zwischenzeitlich. Aber nicht eine einzige ist was geworden. Jetzt also der neue Versuch damit. Und ja, ich hoffe, dass es dieses Mal besser klappt. Die wird auch den Anfang machen bei der Anzucht. Wie gesagt, so Mitte Januar, denke ich, werde ich die mit Wasser in Kontakt bringen. Und dann schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Bekommt auf jeden Fall einen 60 Liter Topf. Die hat ja viel Potenzial bei der Größe und das will ich dann natürlich auch ausschöpfen. Ja, dann zu guter Letzt, das waren jetzt glaube ich zwölf Sorten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir haben noch eine Nummer 13, die steht hier hinter mir. Eine von den beiden, die habe ich geschenkt bekommen als Stecklinge vom Stefan. Der hatte mir letzte Saison schon Samen für die Apocalypse Chocolate geschickt. Und das war tatsächlich die einzige Sorte, wo ich es nicht geschafft habe, dass einer der Samen angegangen ist. Und das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Hat gesagt, ich schicke dir nochmal was. Und hat sich dann offensichtlich auch entschieden, dass er lieber nicht mich als Faktor noch mit reinbringt, sondern auf Nummer sicher geht, dass ich es bei der Anzucht auch auf keinen Fall versauen kann. Und hat mir direkt ein Steckling geschickt. Ich glaube, der zweite ist eine Trinidad Scorpion. Den werde ich nicht machen, weil die hatte ich schon zu oft. Und ja, mein Platz ist begrenzt. Von daher werde ich die Apocalypse Chocolate auf jeden Fall als Steckling jetzt noch ein bisschen größer ziehen, bis es rausgeht. Aber das wird dann die letzte Sorte im diesjährigen Line-Up und natürlich auch eine aus der Reihe wirklich super hot. Ja, soweit meine Aufstellung und die Pläne für die kommende Saison. Ich hoffe, da ist für den einen oder anderen von euch noch eine hilfreiche Anregung dabei. Wie gesagt, hoffe ich, dass ich für alle Pflanzen einen passablen Anbieter finde, wo ich euch empfehlen kann, die Samen zu bestellen, wenn ihr sie noch haben möchte. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eure Kommentare. Wenn ihr noch Tipps oder Anregungen habt, wo ihr sagen würdet, probiere doch mal hier noch was zu ändern oder da noch was besser zu machen. Immer her damit. Also ich bin da durchaus für alles offen. Ansonsten freue ich mich drauf, wenn es dann demnächst losgeht und wir wieder regelmäßige Updates machen können. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst diesem Video auch sehr gerne ein Like da. Das freut den YouTube-Algorithmus. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch. Bleibt gesund und bis dann. Macht's gut. Servus.